Einem Seefahrer erzählt eine Karte von Meeren, die es zu erkunden gilt. Von beträchtlichem Lohn und höchster Gefahr. Doch erst dort, wo die Karte endet, beginnt das wahre Abenteuer. Es ist unter uns! Auf einem Monsterjägerschiff ist kein Platz für ein Kind. Du bist unglaublich. Ich mag die Kleine. Die Bilder in meinen Büchern werden lebendig. Denn nur da draußen in der weiten Fremde, da kennen wir, wer wir wirklich sind. Hab keine Sorge. Wenn sich eins von den Dingern auf eine Meile nähert, kann ich das spüren. Muss ein kleines Formtief haben. Das ist der Bedingung. Das ist der Bedingung. Das ist der Bedingung. Es gibtplaying Detail.